So, Freunde, es geht los, wir haben Zweier gemietet und versuchen jetzt, zwei, drei Fische noch zu fahren und dann tun wir grillen und lassen es uns gut gehen. Jawohl, Freunde, wir fischen schon mal aufs Wasser. Das Wasser fischen. Mit einem Miniskun. Klasse! Und Sascha, wie viel hast du? Zwei. Zwei? Ja, was man dazu sagen muss. Ja. Wir haben Aktivka wieder. Aha, sehr schön. Sehr schön. Ja. Monsieur Helfrisch. Hi. Hi. Wie viel hast du schon? Drei Forellen habe ich bis jetzt gefunden. Ach, super. Drei Stück? Klasse. Aber jetzt sind sie schlauer geworden. Ja, 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 ja. Das stimmt. Eieiei, komm, ich mach dich ganz krass. Jawohl. Servus, Juri. Alles klar. Hast du schon eine? Zwei. Zwei sogar? Super. Zwei Stück. Ich bin der Einzige, der nur einen Fisch hat heute. So viel machst du Video. Lutz, was ist mit dir? Hast du schon eine? Ich habe schon zwei. Zwei? Ja. Das gibt es doch nicht. Ah, jo. Was ist denn das? Was sehe ich da? Ah, das darf ich gar nicht zeigen. Mach mal aus. So, Willi. Ich habe gehört, du hast eine richtig große gefahren. Jawohl. Kannst du dir mal zeigen? Woll. Fang nicht. Ah, das ist ja klasse. Das ist ja klasse. Wirklich heiler. Oh, ach du Schreck. Wow. Das nenne ich ein Fisch. Oh, wow. Schaut mal, Freunde. Oh, wow. Der glückliche Wille. Ja, oder? Petri Heil. Petri Heil. Wow. Wow. Das ist mal ein Fisch. Was hat sie? 4 Kilo? Ja, denke ich. Wahnsinn. Klasse. Küche. Michel. Langsam, 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 langsam. Jawohl. Super. 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 Was hat Papa gesagt? Ja, warte mal. Flutschi. Nicht raus. Mein erster Fisch. Ja. Das ist klasse. Das ist klasse. Das ist klasse. Lappseier. Ja. Der hat alle Wein gemisst. Ich bin jetzt gerannt. Wegmacher. Schade. Der Große wieder, ne? Der Große, ja. Aber ich kriege ihn. Ich bin ganz optimistisch. Oh ja. Wie gesagt, der Ducky ist noch lang, ne? Ja. Jawohl. Der Klaus hat zugeschlagen. Na ja. Super. Mit Binnenmatter, ne? Ja, ja. Super. Schön. Die nächste. Der Klaus fährt einer nach der anderen. Ja. Ja. Petri Hall. Vielen Dank. Jawohl, langsam. Der hat einen Blinker nur. Warte, langsam. Langsam, Michelle. Langsam. Langsam, bitte. Jawohl. Super. Boah, ist das schwer. Super. Super. Festhalten. Ganz festhalten. Die zwei. Jawohl. Und? Freust du dich? Ja. So. Die Bären hat die große. Oh, wow, wow, wow. Mach langsam. Die holen wir raus. Der Klaus steht schon bereit mit dem Kescher. Bin mal gespannt, ob man die raus holen. Die ist eigentlich abgerissen. Ja, ja. Dem Klaus ist schon einer abgerissen. Aber was hat sie noch? Die hat mindestens 50 Kilo. Oh, wow. 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 Petri Hall. So hast du nur. Klasse, oder? Ein schönes Bild. Schaut mal. Fischen und... Der ist ein bisschen frech. Gell? Schaut mal. Fischen und genießen. Ja, ja. Ja, ja. Super. Willkommen. Ist das ein Monster. Jetzt geht es. Klasse. So, Freunde. Zwei mal ein bisschen zu grillen. Es ist Zeit. Wir haben jetzt jeder ein bisschen gehandelt. Haben ein paar schöne Fische gefahren. Der Bär hat sogar einen 85er Rapfen rausgeholt. Von circa 4, 4,5 Kilo an einem Forellenhof. Also weil hier der Rapfen kommt, weiß keiner. Aber schon eine große Überraschung war das. So, was gibt denn das jetzt? Ich mach jetzt ein Feuer. Ich war mit dem Feuer stark. Und mit dem Light noch Feiermesser. Ja, das ist jetzt ein Feuer. Das ist ein Feuer stark. So, das ist ein Feuer. So, das ist ein Feuer. Und man hat es hier. So, das ist ein Feuer. So. 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 Das ist Kühnschepan. 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 So praktisch kann ein Grill sein. Einfach einen Eimer, ein bisschen Grillkohle und fertig. Das ist Kühnschepan. Das ist Kühnschepan. Das ist Kühnschepan. Die einzige Person, die noch keinen Fisch heute gefahren hat, das ist die Madame. Ich habe fast drei gefangen, aber die waren mal ab. Und ich habe es gefangen. Du hast es geschafft, genau. Zwei Stück. Freunde, ich darf auch jetzt mal essen. Alle sind versorgt. Das ist ein bisschen lecker. Das ist ein bisschen lecker. Das sieht wirklich gut aus. Ja. Das ist ein bisschen lecker. Das sieht wirklich gut aus. Super. Ich habe immer gemeldet. Es gibt die Widerheit. Oder weißt du, wie sie gemeldet haben. Aber dürfen wir... Juri ist Spezial-Schnecken. Nutella-Schnecken. Die sind gefragt. Ich weiß, was wir da machen. Machen wir doch heute ein Bogenton hier bei mir. Bogenton. So Freunde. Das darf auch nicht fehlen. Natürlich. Alkoholfreies. Weil Angeln und Alkohol passen überhaupt nicht zusammen. Nur Alkoholfreies. So, da helfe ich bei einem Lachs drin. Scheine Lachsfarbe drauf geht. Oh, wobei geht's ab. Ohohohoho. Ah, der hat an dir nicht die Ruhe drin. Ah. Warte mal. Das war uns ja Verknüttler. Das hab ich so nicht durchgekriegen. Schwimmst du direkt hin? Die geht ab. Die geht nach Hause. Komm mit einer Route rüber zu mir. Komm mit einer Route rüber zu mir. Komm hier. Nur hebe und rüber. Und über den Kopf von mir. Komm, schneller. Schneller, schneller, schneller. Jetzt oben rüber. Jetzt ziehen wir rüber. Jetzt ziehen wir ab. Die ist ab. Die große? Ja. Super. Klasse, oder? Die ist schon riesengroß. Was wäre die Hand? Vier Kilo? Ja, ja. Vier Kilo bestimmt. Ja, ich denke mal vier Kilo hat sie. Hast du gut gemacht. Warte mal, Willi. Mach mal noch. Oh, wow. Die kommt groß wie immer. Lieber Mann. Ach der Scheiße. Petri Haie. Ja. Die glücks bis heute. So. Zum Schluss haben wir doch noch eine. Eine. Ganz zum Schluss. Auf. Zwei Bienenwagen. Ach, zwei Bienenwagen. Aber nicht aktiv, sondern einfach nur schleppen. Okay. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Nehm den Gescher. Nehm lieber den. Was ist das? Lieber Gescher nehmen. Lieber Gescher nehmen? Ja. Genau. Jawoll. Ah wo da einer drin war. Schaut mal Freunde. Das ist ja geil. Hätte jetzt nicht mehr geklappt. Schaut mal. Die hat aber meinen genommen. Ja. Das ist ja deine. Meine Tochter hat heute Morgen diese Forelle gefangen. Und die hat bei ihr abgerissen. Was soll ich sagen? Ja. Ja. Krass. Jetzt hat er die rausgeholt mit meinem Spum. Ist das geil. Ach du Schreck. Schaut mal. Zeig mal nochmal. Geil. Geil. Und die Glaskugel wahrscheinlich nicht dabei oder? Doch. Schaut mal Freunde. Mit Glaskugel. Die hat zwei genommen oder? Geil. 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 Die hat doppelt Hunger gehabt. Ja. Ich weiß nicht. Geil. Ah ja. Guck. Die hat doppelt Hunger gehabt. Geil. Geil. Ja sehr schön. Ja genau. Jetzt kann sie besser fischen als der Vater. Oder wie der Vater. Oh wow. Schön. Geil. Super Fisch. Super Fisch mit dem Mikroaktivker. Klasse. Hast du sehr gut gemacht Schatz. So der Klaus fährt nach Hause. Ihm reicht's. Gute Fahrt. Heimfahrt. Ciao. Agnes. Gute Fahrt. Schatz. Ich bin krise. Zwei. Ich bin krise. Es war. Ich bin krise. Vielen Dank.